Ja, Jungmura, Herr Post, da würde ich dich, glaube ich, auch beinnen. Immer uns drückt und was immer uns beutet und welche Not wir auszuhalten haben. Putin darf nicht gewinnen. Nicht auf dem Schlachtfeld und nicht bei dem Wirtschaftskrieg gegen Europa und gegen Deutschland. Ja, dass Putin auf dem Schlachtfeld gewinnt, dafür spricht gegenwärtig tatsächlich wenig. Und das ist sicher auch gut so. Heißt allerdings noch lange nicht, dass die Ukraine... Ja, merkwürdig, ne? Ich dachte, Russland kann nicht besiegt werden von der Ukraine. ...diesen Krieg militärisch gewinnen kann. Aber den wird... Kann es ja auch nicht. Also auf meinem Kanal ist, wenn dieses Video online kommt, auch schon meine Reaktion auf Markus Reißner online gegangen. Das konnte Dara damals noch nicht wissen, aber mittlerweile sagt selbst das österreichische Bundesheer, dass die ukrainische Sommeroffensive gescheitert ist. Und der Oberkommandierende der ukrainischen Landstreitkräfte, Saluzny, sagt, dass die Ukraine keine Offensiven mehr starten kann, wenn der Westen nicht noch viel mehr Waffen liefert, beziehungsweise die Ukraine eine Wunderwaffe hätte. Also das ist mittlerweile die Wortwaffe. Die Ukraine braucht eine Wunderwaffe, um zu gewinnen. Die mobilisiert auch mittlerweile alte Frauen. Also Frauen mittlerweile nur in medizinischen Berufen. Die werden noch nicht als Soldaten herangezogen. Aber wer weiß, vielleicht kommt das noch, wenn die Ukraine noch weiter ausblutet. Das geschieht ja gerade in einem atemberaubenden Tempo. Wirtschaftskrieg? Den hat Putin doch längst gewonnen. Also Frauen mit einer gewissen medizinischen Ausbildung, die dürfen aus der Ukraine gerade nicht ausreisen. Die werden da dann eingezogen. Also da ist die Ukraine schon. Und vielleicht wird das bald auf alle Frauen im werfähigen Alter ausgeweitet. Wer weiß. Diese Grafik des Economist an. Man sieht da sehr schön, wie sich die Wachstumsraten oder eben auch Schrumpfungsraten, das ist es ja in Europa inzwischen. Es gab mal eine Zeit, da hätte Sarah Wagenknecht gesagt, rein auf das Wirtschaftswachstum zu schauen, sorgt dafür, dass man eine falsche Vorstellung von Wirtschaft erhält. Wir brauchen ein Echtzeit in die Karte, um zu schauen, was diese Sanktionen unserer Wirtschaft antun. Und was tut dann ein Linker, der materialistisch argumentiert? Ja, Wirtschaft ist ja nicht alles. Also hier seht's, diese Walkisten sind antimaterialistisch. Die haben ein subjektiv-idealistisches Weltbild. Das ist nicht unsere Analyse. Von solchen Leuten sollte man sich auch schon deswegen planen, weil sie einen völlig, völlig fehlgeleiteten Zugang zur Welt haben. Was gerade nützlich ist, in diesem Fall, Fakke. In den letzten Monaten entwickelt haben und wie die Vorhersage für die Zukunft ist. Und das ist eine Berechnung von Goldman Sachs. Also man kann davon ausgehen, das ist keine russische Desinformationskampagne. Ja, aber es ist... Ja, ihr seht's hier. Russland hat sich damals schon stärker erholt und das russische BIP ist heute ein Prozent größer als zu Kriegsbeginn. Während das BIP in Deutschland immer weiter abrutscht, wächst das russische BIP. Also, und ihr seht, Anfang 2020 gab's ja schon starke Erholungstendenzen. Also die russische Wirtschaft ist tatsächlich zu Beginn des Krieges relativ stark eingebrochen, hat sich dann aber auch stark wieder erholt. Und jetzt sehen wir, dass dieser Krieg, ähm, dieser Wirtschaftskrieg, Russland langfristig weniger schaden wird als, ähm, der Europäischen Union. Also das sind die aktuellen Zahlen. Es kann sich natürlich noch verschieben, es kann sich noch ändern, aber aktuell sieht es so aus. Das ist immer noch Goldman Sachs. Und Goldman Sachs, äh, genauso wie viele andere solcher Institutionen, lagen schon sehr häufig mit ihren Prognosen. Falsch, weil, naja. Stimmt, die sind alle so russlandfreundlich. Nein, das hat er natürlich nicht gesagt und, äh, er würde sich auch noch lächerlicher machen, als er eh schon ist, wenn er das sagen würde. Aber solche Institutionen sind ja eher dafür bekannt, dass sie antiwestliche Länder zu schlecht einschätzen und nicht, äh, westliche Länder. Diverse Gründe. Ähm, wie dem auch sei, äh, Russland war auch ziemlich unten, jetzt gehen sie halt irgendwie nach oben. Das ist sehr leicht, übrigens. Wenn du erstmal richtig weit nach unten gehst, ist es nicht so schwer, sehr stark wieder zu wachsen. Ne, wenn du auch, wenn du von 100.000 auf 1.000 runter gehst. Der Geselle, also das ist jetzt schon eine Verschwörungstheorie. Die Abis würden doch niemals eine Pipeline sprengen. Außer vielleicht in der Amtszeit von Ronald Reagan. Damals haben sie nämlich tatsächlich, äh, falsche, äh, falsche Bauteile in die Sowjetunion eingeschmuggelt und damit, äh, zur Sprengung einer Pipeline beigetragen. Ähm, vielleicht kennt ihr ja die Dokumentation, die Methode Reagan. Das ist eine Art der Dokumentation, die gibt's hier auf YouTube. Schaut euch die gerne an. Aber außer vielleicht damals, aber heute, da würden die USA das doch niemals machen. Ich meine, und auch Journalisten, die darüber berichten, also, Seymour Hersh, einer der bekanntesten und renommiertesten Invalistika-Dief-Journalisten der Welt, der ist ein Verschwörungstheoretiker, weil er das jetzt behauptet. Also, kannst du sowas doch nicht glauben. Also, unsere Politiker würden uns ja auch niemals anlügen. Die würden ja auch nicht die Ermittlungen boykottieren. Also, dass mehr als zehnmal so viele Leute am Reus-Rollator-Pudsch rumermitteln, als an der Nordstream-Sprengung hier in Deutschland, das ist reinster Zufall. Dass die westlichen Länder nicht bereit sind, zu kooperieren und dass beispielsweise Deutschland Ermittlungen des UN-Sicherheitsrates ablehnt. Also, das ist alles Zufall, dass Russland diese Ermittlungen fordert und Russland Ermittlungen auf internationaler Ebene vorantreiben will. Das machen die bösen Russen wahrscheinlich nur, weil, ja, weiß ich nicht. Also, Strack Zimmermann würde sagen, weil sie die Pipeline selbst gesprengt haben. Ich meine, die Guten dürfen natürlich Verschwörungstheorien verbreiten. Also, auf einen Strack Zimmermann geht niemand los, wenn sie sagt, die Russen haben es gesprengt. Aber der Lafontaine und die Wagenknecht, die werden von allen Seiten kritisiert, wenn sie die Täterschaft der USA auch nur in Erwägung ziehen. Und dann haust du 5000 obendrauf. Dann hast du dich nun mal verfünffacht oder beziehungsweise dann versechsfach. Bullshit. Also, ich habe mir die Grafiken jetzt vor Beginn des Interviews nicht nochmal rausgesucht. Ich hatte sie damals schon in meiner Reaktion auf das Jung- und Naiv-Wirtschaftsbriefing. Seltsame Kritik im Jung- und Naiv-Wirtschaftsbriefing an Michael Lüders heißt das Video, glaube ich, könnt ihr auf meinem Zweitkanal noch finden. Da habe ich all die Statistiken gezeigt. Also, die russische Wirtschaft, die hat sich tatsächlich sehr stark erholt, auch wenn man sich den absoluten BIP-Index anguckt und nicht relative Veränderungen zu irgendeiner Vorperiode. Wenn du aber... Also, Russland ist oberhalb des BIP-Niveaus von Vorkriegsbeginn. Also, das reicht mittlerweile. Das reicht, glaube ich, als Information. Wenn du 100.000 bist und verlierst 5.000... Gut erholt, das hat was damit zu tun, dass eben... Also... Sorry, das Mathe-Genie musste ich immer überspulen. Das war mir jetzt echt zu dumm. ... Rohstoffe und Energie nicht mehr kauft, aber sehr viele andere Länder sich freuen, wenn sie russisches Öl, russisches Gas und andere russische Produkte bekommen. Ja, und dadurch sieht es jetzt so aus, dass bei Russland die Wachstumsraten... Nö, nee, du bist der Beste. Ich müsste dir wahrscheinlich Gehalt zahlen, wenn du das so weitermachst. Du suchst echt alles raus, was ich hier empfehle. ... zumindest eigentlich die Höchsten sind, die man in dieser Grafik erkennen kann. Die europäischen Länder dagegen, da geht es überall nach unten. Großbritannien, Frankreich, Italien, Deutschland. Es ist überall ein Desaster. Und am schlimmsten getroffen, das hat ja auch der EWF vor kurzem noch einmal festgestellt, am schlimmsten getroffen wird. Deutschland. Naja. Okay, sie wird bestimmt auch gleich auf die Gaspreisentwicklung eingehen. Ich gehe mal kurz zu Agrar heute. Gaspreise im freien Fall, volle Gasspeicher und neue Gaspolitik. Die Gaspreise, ihr seht es, die Gaspreise verzehnfachen sich, oder ich erkenne es nicht ganz genau in der Grafik, verixfachen sich, sind jetzt immer noch, dann fallen sie wieder stark und sind immer noch auf deutlich erhöhtem Niveau. Und das wird als Erfolg gefeiert. Also hey, die Gaspreise sind jetzt noch auf einem dreifachen Niveau von Vorkriegsbeginn und nicht mehr auf dem Zehnfachen, auf dem Fünfzehnfachen. Halleluja, das ist total der Erfolg. Gaspreise fallen immer weiter, sowohl in Europa als auch in den USA stürzen die Preise auf lange nicht bekannte Tiefstände. Die Kommission hat diese Woche eine Reihe von Vorschlägen zur Regulierung des Gasmarktes vorgelegt. Dazu gehören eine gemeinsame Einkaufsplattform und ein neuer Flüssiggaspreisindex. Wir machen jetzt Planwirtschaft, Leute. Und das bringt was. Gemeinsame Einkaufsplattformen. Keine Ahnung, was das ist. Aber wir machen so eine Riesengenossenschaft, so eine Konsumgenossenschaft, super gut. Wenn man sich diese Grafik anguckt, hat man dann nicht das Gefühl, das ist gar kein Wirtschaftskrieg gegen Russland. Das ist ein Wirtschaftskrieg gegen Deutschland und gegen Europa. Und es fällt einem irgendwie schwer zu glauben, dass das den Strategen in Washington, die das Drehbuch dafür geschrieben haben, gar nicht aufgefallen sein sollte. Weil eine Linie, die fehlt in dieser Grafik, das ist die der US-Wirtschaft. Die würde übrigens steil nach oben geben. Die würde alle anderen wahrscheinlich noch ausschlichen. Aber als ob das alles nicht schon verheerend genug wäre. Uns von der wichtigsten Existenz... Solche Sache Wagenknecht uns gerade darauf hinweisen, dass es in den USA Stippenzieher geben könnte, die das Ganze angeleiert haben und sich jetzt daran... Ja, absolut. Und was heißt angeleiert haben? Also die brauchen natürlich blöde Komplizen in Europa, die da mitmachen. Und wir haben sie in Form unserer Ampelregierung und in Form der EU-Kommission, die von der CDU-Lehrerin geführt wird, auf jeden Fall gefunden. Und sich jetzt daran bereichern, wir brauchen wirklich ein Dog-Whistle-Emote. Industrie nämlich preiswerter Energieabkommen. Die ganze Angeleiert haben und sich jetzt daran bereichern, wir brauchen wirklich ein Dog-Whistle-Emote. Flip das raus. Wir brauchen wirklich ein Dog-Whistle-Emote. Das beschreibt Dara ziemlich gut. Wenn der andere etwas sagt, dann argumentiere ich nicht gegen das, was er gesagt hat, sondern ich unterstelle ihm was und sage dann, er würde in Dog-Whistles sprechen und irgendetwas gesagt haben, was er nie gesagt hat. Also so argumentiert Dara, so argumentieren diese Leute. Nämlich preiswerter Energie abzuschneiden, zündelt Habeck neuerdings auch an den Handelsbeziehungen zu China, einem der wichtigsten Exportmärkte deutscher Unternehmen. Ja, und das Ergebnis ist vorhersehbar. Es deutet sich ja jetzt schon an, wenn Exporte nach China erschwert werden. Was passiert dann? Dann verlagern die Konzerne eben ihre Produktion noch mehr in das Reich der Mitte, um den Markt nicht zu verlieren. Ich spekuliere hier nicht über Nord Stream. Ich hoffe, dass wir endlich eine vernünftige Regierung haben, die das Ganze aufklärt. Die aktuelle Regierung blockiert die Aufklärung und das ist eine Katastrophe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Die linke Sarah Wagenknecht, everybody. Unternehmen, die schon da sind, die holen sich ihre Zuliefererteile. Vor Ort und nicht mehr aus Deutschland. Xi Jinping bedankt sich. Genau das möchte China nämlich auch. Und klar, die Gewinnbilanzen der DAX-Konzerne, da ist das kein so großes Problem. Für die Industriearbeitsplätze in Deutschland, die das Desaster der Russlands Sanktion vielleicht gerade noch überlebt haben. Für die allerdings kann das das Endwürdige ausbedeuten. Wie kann man nur so irre sein? Apropos Dogmasters. Also ich denke, wenn Akidara sagt, man in Wirklichkeit Juden. Davon bin ich mittlerweile fest überzeugt. Ja, absolut. Das muss so sein, das muss so sein. Ich habe es ja am Anfang gesagt, wir wollen uns nicht über Dara persönlich lustig machen, aber das bezog sich natürlich gerade auf Daras damaliges Zitat. Wenn jemand sagt, wir müssen die Woken aufhalten, dann meint er in Wirklichkeit die Juden. Davon bin ich mittlerweile fest überzeugt. Also wirklich so ein kompletter Wahn, anderen Leuten etwas zu unterstellen, was sie niemals gesagt haben. So eine typische antideutsche Strategie der Diskursvernichtung.